Mein Name ist Marco Zipfel, ich bin der neue Krankenhausdirektor hier am Standort Hilburghausen. Von der Motivation der Mitarbeiter bin ich sehr begeistert und wir möchten insgesamt das Leistungsspektrum hier so aufbauen, dass wir hier wirklich eine wohnortnahe gute Versorgung für unsere Bevölkerung hier anbieten können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.